Hallo, mein Name ist Sabina Avenoso von der Ellenville Academy. Ich zeige Ihnen, wie man ein Toupet aus unserem Permafit-System dauerhaft mit Flüssigkleber befestigen kann. Das ist Mike, mein Modell für heute und er bekommt heute eine neue Frisur von mir. Hi Sabina, ich bin schon sehr gespannt, was du mir auf den Kopf zauberst. Ja, super. In Mikes Fall würde ich den Oberkopf rasieren und die Frisur vorbereiten, indem ich die Konturen vorschneide. Vor der Verklebung muss die Kopfhaut mit Cleaner gereinigt werden. Der Cleaner reinigt Kontaktstellen vor der Beklebung. Gemeinsam mit Mike bestimme ich mir seine Haarlinie, die ich mit einem Dermatographen einzeichne. Und jetzt kann ich schon den Flüssigkleber auf die Kopfhaut auftragen. Permaglue ist der hautschonende Flüssigkleber zur dauerhaften Befestigung von Permafit-Modellen. Diesen verteile ich punktuell auf dem Areal und muss es jetzt ordentlich verteilen. Und zwar mit einem Schwämmchen oder auch mit einem Pinselchen. Wenn ich den Kleber auf der Haarlinie verteile, muss ich aufpassen, dass ich den Kleber nicht auf den Dermatographen verteile. Wichtig ist auch, dass ich bis an die Ränder gehe. Unser Permaliquid-Glue wird zweilagig auf die Kopfhaut aufgetragen. Nachdem ich die erste Lage Permaliquid-Glue aufgetragen habe, lasse ich meinen Kleber transparent werden. Dann trage ich die zweite Schicht Permaliquid-Glue auf und warte ebenfalls bis diese transparent wird, bevor ich das Toupé aufklebe. Ich entferne meine Markierung mit Cleaner und reinige ebenfalls die Innenfläche des Toupés. Anschließend bringe ich das Toupé an, indem ich mit den Mittelfingern von der Mitte aus des Toupés nach außen streiche, damit ich vermeide, dass sich Luftlöcher bilden. Jetzt, da das Toupé klebt, kann ich die überstehende Folie abschneiden. Ich ziehe die Folie so weit hoch, bis ich Widerstand spüre und kann jetzt anfangen, die Folie abzuschneiden, indem ich meine Schere ansetze und zwar so, dass ich das Scherenblatt durch die Folie sehe. Ich schneide mit kleinen Cuts die Folie ab. Und jetzt kann mit dem eigentlichen Haarschnitt begonnen werden. Unser Permafit-System besteht aus Echthaar. Die Haare sind so individuell in die Montur geknüpft worden, dass jede Styling-Variante möglich ist. Und eine davon zeige ich Ihnen jetzt. Schau mal, Maik, so ist es geworden. Super! Richtig, richtig gut. Nach einer gewissen Tragezeit kann sich durchaus mal das Toupé im Frontbereich oder im Seitenbereich lösen. Das kann man wunderbar nacharbeiten, ohne dass man das Toupé komplett runternehmen muss. So wie jetzt hier. Den oberen Bereich reinige ich mit Remover und Cleaner. Und die Haut mit dem Cleaner. Der Expert Care Remover ermöglicht das sichere Ablösen von Permafit-Modellen für Folgeverklebungen. Jetzt nehme ich das Permaliquid Glue und trage das direkt auf meine Montur auf. Dazu nehme ich mir ein Schwämmchen zur Hand, trage meinen Kleber direkt auf das Schwämmchen auf und verteile jetzt den Kleber auf die Montur. Auch hier warten wir, dass der Kleber transparent wird. Und erst dann können wir die Frontpartie nach vorne klappen. Mit der Rückseite von meinem Kamm helfe ich mir und drücke hier die Enden ordentlich an. Sollte sich was am Rand lösen, klappe ich meine Haare zur Seite, teile sie etwas ab, nehme mir eine kleine Spachtel zur Hilfe, gebe dort etwas Permaliquid Glue drauf und verklebe die Ränder. Auch hier warten wir, bis das Permaliquid Glue antrocknet. Und erst dann fangen wir an, die Ränder anzudrücken. Ganz einfach. Und das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.